Servus, grüß euch! Guten Morgen! Frohe Weihnachten! Heute die letzte Tour im Jahr. Ich gehe heute auf die Alpspitze über die Kappleralm von Nesselwang aus. Und schneiden tut es leider nicht. Aber zumindest ist es ein bisschen weiß. Gehabt es euch wohl. Gute Zeit. Pfiat euch! Ich gehe heute auf die Alpspitze über die Kappleralm von Nesselwang aus. Ich gehe heute auf die Alpspitze über die Kappleralm von Nesselwang aus. Ich gehe heute auf die Alpspitze über die Kappleralm aus. Ich gehe heute auf die Larfe setup und habeุ gepl quel form. Untertitelung des ZDF, 2020